Willkommen in der Welt von LGB. Die Welt von LGB. LGB Universal Power ist ein in sich geschlossenes System von LGB Stromversorgungen und Fahrreglern. Ein durchdachtes Konzept, bei dem alles untereinander kompatibel ist. Trafos, Fahrregler, digitale Komponenten wie Lockmaus, Lockhandy und Universalhandy sowie Weichendecoder und Rückmelder bis hin zum PC-Interface für den technisch interessierten Anwender. Bei LGB Universal Power erhalten Sie die gesamte Palette an Stromversorgungen, Fahrreglern und Steuerungskomponenten aus einer Hand. Kein anderer Hersteller in der Baugröße G bietet ein so umfassendes Programm. Und schon gar nicht die berühmte LGB-Qualität. Gilt doch LGB als erste Modellbahn für drinnen und draußen auch als die beste. Und das in Spurweite G. Ob Sie eine analoge Anlage betreiben oder mit dem digitalen Mehrzugssystem fahren. LGB Universal Power bietet die optimalen Komponenten. Eben alles aus einer Hand. Musik Wie funktioniert nun eigentlich der Analogbetrieb bzw. das digitale Mehrzugssystem von LGB? Beim herkömmlichen Analogbetrieb wird der Motor direkt über die Gleise mit Gleichspannung versorgt. Wenn Sie den Regler aufdrehen, wird die Gleichspannung erhöht und die Lok fährt. Vorwärts oder rückwärts. Befinden sich zwei Loks auf demselben Gleis, erhalten diese dieselbe Spannung, fahren also gleichzeitig und in dieselbe Richtung. Um im Analogbetrieb mehrere Loks auf einer Anlage unabhängig voneinander zu steuern, müssen Sie die Anlage in getrennte Fahrstrombereiche unterteilen. Dazu brauchen Sie eine aufwendige Verkabelung und teure Steuerelemente, ohne die Sie keine optimale Lösung erhalten. Beim digitalen Mehrzugssystem stellt sich die Situation völlig anders dar. Am Gleis liegt immer die maximale Digitalspannung an. Durch sie werden alle Fahr- und Stellbefehle zu den Loks übertragen. Jede Lok erhält einen Lok-Dekoder, der in den Stromweg zwischen Rad und Motor eingebaut wird. Dieser erhält eine eigene Adresse und reagiert so nur auf Signale des Handys, die durch die Zentrale an seine Adresse geschickt werden. Entsprechend steuert der Dekoder den Motor und andere Funktionen der Lok, wie zum Beispiel Lampen ein, Lampen aus und das Betätigen des Signalhorns. Bei Sound-Loks sind noch viele weitere Sonderfunktionen an jeder beliebigen Stelle in Ihrer Eisenbahnanlage möglich. So zum Beispiel das Anheben und Absenken des Pantografen. Oder sogar das Abrufen von Bahnhofsdurchsagen. Aber hören Sie doch bitte selbst. Das Abrufen sämtlicher Funktionen ist natürlich auch von der Funkfernsteuerung aus möglich. Und weil immer die volle Spannung am Gleis anliegt, funktionieren Lampen, Dampf und Sound auch dann, wenn die Lok steht. Selbstverständlich können mit Dekoder ausgerüstete Loks auch auf analogen Anlagen betrieben werden. Das Universal-Power-System ist eben perfekt durchdacht. Bisher nicht vorstellbare Möglichkeiten beim Eisenbahnspielbetrieb tun sich auf. Jetzt kann die ganze Familie beim Eisenbahnspielen mitmachen. Jeder ist sein eigener Lokführer und kann aktiv ins Eisenbahnspielgeschehen eingreifen. Dem Spielbetrieb sind keine Grenzen mehr gesetzt. LGB Universal-Power ist ein zukunftssicheres System. Alle Komponenten, ob rollendes Material oder Steuer- und Regeleinrichtungen, passen optimal zusammen. Und das wird auch in Zukunft so sein. Denn alle Komponenten kommen aus dem Hause Ernst-Paul-Lehmann und nicht von verschiedenen Herstellern. Ein solch perfektes Programm bietet Ihnen nur LGB und kein anderer Hersteller weltweit. In der LGB-Anfangspackung finden Sie alles, was Sie für den Einstieg in die Welt von LGB benötigen. Eine Lokomotive, Güter- oder Personenwagen, einen Fahrregler und einen wetterfesten Gleiskreis aus massivem Messing. Der Aufbau ist kinderleicht und in wenigen Minuten erledigt. Für dauerhaft verbundene Gleise sorgen die mitgelieferten Gleisklammern. Achten Sie darauf, dass die Zahl auf der Klammer nach unten zeigt. Der in der Anfangspackung mitgelieferte Fahrregler liefert einen Fahrstrom von einem Ampere. Die Versorgung der Gleise aus dem Fahrregler erfolgt mit dem rot-blauen Anschlusskabel. Achten Sie beim Anschluss auf die Farben. Rotes Kabel an Klemme 1, die rote Klemme. Blaues Kabel an die Klemme 2, die blaue Klemme. Und schon kann's losgehen. Der Anfang wäre geschafft. Genauso schnell wie der Aufbau eines Grundkreises funktioniert bei LGB auch die Erweiterung der Anlage und der Einstieg in die digitale Welt. Die zusätzlichen LGB-Bausteine sind das Bahnhofs- und Prellbock-Gleisset, die Mehrzugsteuerung, eine Lockmaus und ein starker Trafo. Wir beginnen die erste Ausbaustufe mit der Gleisergänzungspackung 1, dem sogenannten Bahnhof-Gleisset. In kürzester Zeit sind die Weichen und Schienen für diese Erweiterung zusammengesteckt. Jetzt heißt es, den Gleiskreis aus dem LGB-Starter-Set zu trennen und das neu zusammengebaute Bahnhof-Gleisset in den bestehenden Gleiskreis einsetzen. Die ideale Ergänzung zum ersten Gleiserweiterungsset ist das Prellbock-Gleisset. Auch dieser Zusammenbau ist in wenigen Minuten erledigt. Für den Einstieg in die digitale Welt des Mehrzugbetriebes bietet LGB zwei verschiedene MZS-Starter-Sets. Set 1 mit der Bestellnummer 55100 besteht aus einer Lockmaus, einer Lock mit bereits eingebautem Mehrzugsystem-Decoder und der digitalen Kommandozentrale, kurz MZS-Zentrale. Idealerweise benutzen Sie den kräftigen 5-Ampere-Wechselstrom-Trafo 50110. Sind Sie bereits im Besitz einer zweiten Lock, bietet sich MZS-Starter-Set 55105 an. Anstatt einer Lock hat dieses Set nur einen Decoder für den nachträglichen Einbau. In der MZS-Zentrale werden die vom MZS-Regler erzeugten Befehle in das sogenannte NMRA-Protokoll zusammengefasst und in das Gleis geschickt. Der Trafo versorgt die Zentrale mit Betriebsspannung. Ohne ihn geht gar nichts. Den Fahrregler aus dem Anfangsset brauchen wir bei der folgenden Anlageerweiterung erst später. Nun zur richtigen Verkabelung. Zur Stromversorgung schließen Sie das mitgelieferte rote und blaue Kabel an die MZS-Zentrale. Hier erfolgt das Fixieren der Kabelenden mit einem kleinen Schraubendreher. Bitte überprüfen Sie das Kabel auf festen Anschluss. Nun stellen wir die Verbindung zum Trafo her. Hier werden die Kabelenden durch Klemmen arretiert. Ein Kabel in eine weiße, das andere in eine schwarze Klemme. Das bereits mit den Gleisen verbundene Kabel wird an die MZS-Zentrale angeschlossen. Achten Sie genau auf die rot-blaue Markierung. Mit dem runden DIN-Stecker wird die Lokmaus an die MZS-Zentrale angeschlossen und der Mehrzugbetrieb kann beginnen. Die MZS-Zentrale ist für den Betrieb von bis zu 8 Loks im Digitalbetrieb vorgesehen. Die neue Zentrale Typ 2 erlaubt 23 Lokadressen und den Anschluss weiterer 5 Ampere Booster. Damit eine Lok ohne Dekoder gefahren werden kann, muss die Zentrale in die Betriebsart 0 plus 22 bzw. 7 plus 1 umgestellt werden. Dies geschieht durch gleichzeitiges Drücken der Reset-Taste und der 7 plus 1 Taste. Bei der neuen Zentrale durchdrückend der Reset-Taste und der 0 plus 22 Taste. Durch einfaches Hin- und Herschalten zwischen den Lokadressen 1 und 8 kann man nun mit der Lokmaus beide Loks dirigieren. Lok 1 fährt mit Lokdekoder, Lok 8 ohne eingebauten Dekoder. Mit diesen Bausteinen befinden Sie sich jetzt in der digitalen Welt des LGB-Mehrzugssystems. In den jetzt folgenden Schritten stellen wir Ihnen noch weitere digitale Komponenten vor. Sie erlauben es, den Spielbetrieb noch vielfältiger und attraktiver zu gestalten. Optimalen Bedienungskomfort zur Steuerung der Loks bietet das Lok-Handy. Es hat wesentlich mehr Funktionen als die Lokmaus und kann sowohl mit dem Mehrzugssystem als auch im reinen Analogbetrieb mit dem RC-Sender und RC-Empfänger eingesetzt werden. Ziehen Sie dazu das Kabel der Lokmaus aus der MZS-Zentrale. Stecken Sie in die jetzt freie Steckbuchse das Y-Kabel, an dessen anderen Enden sowohl die Lokmaus als auch das LGB-Lok-Handy angeschlossen werden kann. Nun können Sie jeder Lok einen eigenen Fahrregler zuordnen. Die Verbindung erfolgt ganz einfach mit einem Kabel oder wie Sie später sehen werden, komfortabel mittels Funk, dem RC-Sender und RC-Empfänger. Damit Sie noch mehr Bausteine an die MZS-Zentrale anschließen können, benötigen Sie den Adapterverteiler. Zur Stromversorgung verwendet man am besten den Fahrregler aus dem Anfangsset. Ein wahrer Alleskönner von LGB ist das Universal-Handy. Der Anschluss erfolgt ebenso am Adapterverteiler. Jetzt brauchen wir wieder den Fahrregler aus dem Anfangsset. Je mehr Komponenten an den LGB-Bus angeschlossen werden, umso größer wird dessen Stromverbrauch. Mehr Strom für die am LGB-Bus angeschlossenen Komponenten liefert der Adapterverteiler. Damit der Fahrstromtrafo entlastet wird, verwenden wir ab jetzt den Fahrregler aus der Anfangspackung. Sein Strom von einem Ampere reicht dazu vollkommen aus. Nun können Sie beruhigt weitere LGB-Bausteine am Adapterverteiler anschließen. Zunächst aber wieder das Lock-Handy. Die ultimative Steuerzentrale von LGB ist das Universal-Handy. Mit ihm können Sie die vielfältigen Möglichkeiten des LGB-Mehrzug-Systems voll und ganz ausnutzen. Vom Universal-Handy aus können Sie alle Funktionen Ihrer Anlage steuern. Der Anschluss erfolgt in eine der Western-Buchsen am Adapterverteiler. Das Universal-Handy dient auch zum Programmieren von Lock- und Weichendekodern. Für die Programmierung eines Dekoders – wir demonstrieren Ihnen dies ganz genau bei einem weichen Dekoder – benötigen Sie folgende Bausteine. Das Universal-Handy, den Programmier-Einsatz, den Weichenantrieb, den Weichendekoder, ein Verbindungskabel vom Weichenantrieb zum Weichendekoder, ein Stück Draht oder einfach nur eine halbierte Büroklammer, einen Schraubendreher, eine Zange und den Trafo. Für die Zeit der Programmierung wird der Einschub mit Anschluss an den LGB-Bus herausgezogen und der Programmier-Einsatz einfach eingesteckt. An diesem Programmier-Einsatz befinden sich vier verschiedenfarbige Kabel. Das weiße und braune Kabel wird an die Eingänge des Weichendekoders angeschlossen. Zur Vermeidung von Verwechslungen hat dieses Kabel eine Anschlussfahne mit der Beschriftung LGB-Dekoder. Das grüne und gelbe Kabel, gekennzeichnet mit der Beschriftung TRAFO, wird widmungsgemäß am TRAFO angeschlossen. Achten Sie hier genau auf die richtige Verkabelung, denn bei Vertauschung der Anschlüsse für Dekoder und TRAFO wird das Handy zerstört. Um einen Weichendekoder zu programmieren, muss eine Programmierbrücke eingesteckt werden. An der richtigen Stelle abgezwickt, stellt eine Büroklammer die ideale Überbrückung dar. Mit dem weißen und orangen Kabel stellen Sie nun die Verbindung zwischen dem Weichendekoder und dem Weichenantrieb her. Alle Weichendekoder haben vom Werk aus die Adressen 1 bis 4 eingestellt. Unser erster Weichendekoder, kurz WD1, kann also so bleiben, wie er eingestellt, besser gesagt vorprogrammiert ist. WD2 jedoch, unseren zweiten Weichendekoder, müssen wir auf Adresse 5 programmieren. Nach dem Anschluss des TRAFOs an das 230-Volt-Netz erscheint auf dem Display des Universalhandys der Buchstabe P und zwei Striche. Das bedeutet, das Handy ist programmierbereit. Nun bringen Sie den Weichenantrieb in Mittelstellung. Drücken Sie die 1 und wählen Sie damit den Registerbereich und danach die 5. Damit bestimmen Sie den Adressraum 5 bis 8. Durch Drücken der Pfeil nach Rechts-Taste starten Sie den Programmiervorgang. Reagiert der Weichenantrieb beim Programmiervorgang, wissen wir, dass die Programmierung erfolgreich war. Ein großer Schritt im weiteren Ausbau unserer LGB-Anlage ist der Umbau der Weichen von Handantrieb auf elektrischen Betrieb. Der eigentliche Umbau ist sehr einfach und geht sehr rasch. Zwei Schrauben raus, elektrischen Weichenantrieb einsetzen und Schrauben wieder rein. Fertig. Die elektrischen Weichenantriebe sind nicht in den Erweiterungssets enthalten. Sie müssen getrennt erworben werden. Ebenso einfach und schnell funktioniert die Befestigung des Weichendekoders. Der Weichendekoder erhält die Stellbefehle sowie den für das Stellen der Weichen erforderlichen Strom aus dem Gleis. Nun bleibt kurz Zeit, den Weichendekoder mit seinen vielen Einsatzmöglichkeiten ausführlicher vorzustellen. Eigentlich ist der Weichendekoder ein Universaldekoder für Stell- und Schaltvorgänge. Er kann EPL-Magnetartikel stellen, Lampen und LEDs brennen lassen, dauerhaft oder blinkend wie am Warnübergang, ganz zu schweigen von Lichtimpulsen wie bei Warnlampen oder Blitzlichtern. Er selektiert aus dem über das Gleis kommende Datengemisch die für ihn wichtigen Informationen. Fühlt er sich angesprochen, analysiert er die eingegangenen Daten und veranlasst die entsprechende Befehlsausführung. Welcher Dekoderausgang was zu tun hat, ist ihm vorab mittels Programmiervorgang aus dem Universalhandy beigebracht worden. Pro Weichendekoder kann man bis zu vier Weichen bzw. Signale anschließen. Überzeugen Sie sich nun selbst, wie rasch und einfach der Anschluss eines Signals durchgeführt werden kann. Signal 2 und 3 werden am zweiten Weichendekoder angeschlossen. Signal 2 Signal 3 Signal 3 Signal 3 Damit Informationen von der Anlage zurückgemeldet werden können, wie etwa die Stellung einer Weiche, eines Signals oder die genaue Position einer Lok, benötigt man das sogenannte Rückmeldemodul, in unserer Grafik kurz mit RM bezeichnet. Der erste Rückmeldebaustein in einer Kette ist der Master. Er muss daher in einer eigenen Programmierung eine Idee, eine Identifikationsnummer erhalten. Der Anschluss bei diesem Baustein erfolgt dementsprechend am LGB-Bus-Eingang. Alle weiteren Rückmeldebausteine brauchen keine Ideenummer und werden über die Slave-Buchsen verbunden. Zur Programmierung einer Ideenummer ziehen Sie den viereckigen, vom Adapterverteiler kommenden Westernstecker aus der Buchse LGB-Bus heraus. Entsprechend den Angaben in der Bedienungsanleitung stellen Sie die DIP-Schalter. Danach stecken Sie das Kabel wieder an. Das Blinken der roten Kontrollleuchte bestätigt Ihnen die erfolgreiche Programmierung. Jetzt ziehen Sie das Kabel wieder ab und stellen die DIP-Schalter wieder in Ihre Ausgangsposition bzw. in die Position OFF. Zur Programmierung einer Adresse am Rückmeldemodul wiederholen Sie die einzelnen Arbeitsschritte. Die richtigen DIP-Schalterstellungen entnehmen Sie wieder der Bedienungsanleitung. Die DIP-Schalterstellungen entnehmen Sie die DIP-Schalter. Eine sehr wichtige Aufgabe in jeder LGB-Anlage haben die Gleiskontakte. Es sind dies Schalter, die von Magneten an den Loks bedient werden. Die Verkabelung ist rasch durchgeführt. Die beiden äußeren Anschlüsse werden mit einer Drahtbrücke verbunden. In den mittleren und in einen äußeren Anschluss stecken Sie die Drähte, die zum Rückmeldemodul führen. Abdeckung wieder aufstecken. Klick, fertig. Das andere Kabelende wird am Rückmeldemodul angeschlossen. Das andere Kabelende wird am Rückmeldemodul sein. Eine weitere sinnvolle Ergänzung Ihrer LGB-Anlage sind die Belegt-Meldemodule. Sie teilen dem Anzeigebaustein bzw. Ihrem PC mit, wo sich gerade Züge und beleuchtete Waggons befinden. Sie werden wie die Rückmeldemodule eingesetzt und programmiert. Sie können im Strang als Master oder als Slave verwendet werden. Für den Einsatz eines Belegt-Meldemoduls ist es notwendig, dass bestimmte zu beobachtende Gleisabschnitte einschienig vom anderen Gleisnetz isoliert bzw. abgetrennt werden. Dazu müssen Sie die bestehenden Schienenverbinder demontieren und durch die gelben Isolierverbinder ersetzen. Jetzt können Sie die Gleise zusammenstecken. Das MZS-Belegt-Meldemodul muss in seinem Adressbereich programmiert werden. Da es in diesem Fall als Slave arbeitet, braucht es keine Idee. Auf eines möchten wir besonders hinweisen. Es darf nicht im eingebauten Zustand programmiert werden. Jetzt verbinden Sie die abgetrennten Gleisabschnitte mit dem Belegt-Meldemodul. Der Anschluss am MZS-Belegt-Meldemodul erfolgt jeweils an der mittleren Klemme der Eingänge A, B, C oder D. Ab nun wird der Fahrstrom nicht mehr direkt, sondern über das Belegt-Meldemodul zum Gleis geführt. Dadurch kann das MZS-Belegt-Modul feststellen, ob der durch ihn mit Fahrstrom versorgte Gleisabschnitt belegt ist. Ob von einer Lok, von einem ganzen Zug oder auch nur von einem mit Licht versehenen Waggon, spielt dabei keine Rolle. Jedes Belegt-Meldemodul kann vier voneinander getrennte Gleisabschnitte mit Fahrstrom versorgen. Mit dem roten und blauen Kabel an die rot und blau markierten Klemmen wird in gewohnter Weise die Stromversorgung hergestellt. Der Anschluss an einen einzigen Eingang genügt. Die Stromeingänge sind intern verbunden, weswegen sie auch als Fahrstromverteiler verwendet werden können. Abschließend wird das MZS-Belegt-Meldemodul über den Slave-Anschluss mit dem Rückmeldemodul verbunden. Eine weitere Ausbaustufe Ihrer Anlage bilden die Anzeigemodule. Mit diesen Modulen kann man Stellungen von Weichen, Signalen und Gleisbelegungen optisch anzeigen. Sei es nur mit kleinen Lämpchen direkt neben den Weichen oder elegant in einem großen Gleisbildstellwerk. Die Bausteine verfügen über acht Ausgangsrelais-Kontakte, womit sich die Stellrichtungen von maximal acht Weichen oder die Zustände von acht Gleisabschnitten optisch darstellen lassen. Wir zeigen Ihnen in unserer Demonstrationsanlage den Anschluss von zwei Anzeigemodulen. Zuerst erfolgt die elektrische Verkabelung mit den schwarzen und weißen Kabeln. An den Ausgängen befinden sich immerhin acht Relais-Kontakte, die jeweils bis zu einem Ampere belastet werden können. Da die Relais-Kontakte elektrisch von der Anlage getrennt sind, ist der Anschluss von Spannungen bis zu 24 Volt zur Versorgung der Lämpchen und Anzeigetafeln möglich. Ob Gleich- oder Wechselstrom verwendet wird, spielt keine Rolle. Als Stromquelle verwenden wir wieder in bewährter Weise unseren Fahrregler aus der Anfangspackung. Das Anzeigemodul besitzt acht Ausgänge. Angeschlossen an die LGB-Busleitung können somit bis zu acht verschiedene Informationen von Belegt- und Rückmeldemodulen über den LGB-Bus in das Anzeigemodul weitergeleitet werden. Durch den uns bereits bekannten Programmiervorgang – wir haben dies beim Rückmeldemodul ausführlich gezeigt – können dem Anzeigemodul verschiedene Adressbereiche zugeordnet werden. Als letztes stellen wir die Busverbindung mit dem Adapterverteiler her. Wenn alles richtig angeschlossen und verkabelt ist, können die Anzeigemodule in unserem Miniaturgleisbildstellwerk die Arbeit aufnehmen. Damit Sie das Kabel vom Handy zur Zentrale oder zum Adapterverteiler nicht mehr benötigen, lässt sich jedes Handy mit einem Sendebaustein ausrüsten. Dazu benötigt man nur zwei weitere LGB-Komponenten – einen Sender und einen Empfänger. Er empfängt die Daten der mit Funk ausgerüsteten Handys und speist sie in den LGB-Bus ein. Die Befehle von bis zu acht Handys können gleichzeitig von einer Empfangsstation empfangen werden. Verwenden Sie das beiliegende Kabel mit zwei schmalen, viereckigen Westernsteckern und verbinden Sie die mit LGB-Bus gekennzeichnete Buchse am RC-Empfänger mit der entsprechenden Buchse am Adapterverteiler. Zum Abschluss stecken Sie die beiliegende Antenne in die Bohrung im Deckel des RC-Empfängers. Der andere Baustein zur Funkfernsteuerung ist der RC-Sender. Er sendet alle Fahr- und Stellbefehle zum RC-Empfänger. Der Umbau ist völlig unkompliziert. Kabeleinschub aus dem Fuß des Handys herausziehen und RC-Sender einschieben. Damit auch gesendet werden kann, müssen noch vier Batterien oder Akkus der Baugröße Mignon eingelegt werden. Dazu ein wichtiger Hinweis. Verwenden Sie nur hochwertige Batterien und entfernen Sie diese, wenn Sie das Handy längere Zeit nicht benutzen. Nun aber zur High-End-Variante für Ihre LGB-Eisenbahnanlage. Die Bedienung, die Überwachung und die Steuerung von Ihrem PC aus. Das MZS-Interface mit PC-Software enthält das dafür notwendige Interface mit den dazugehörigen Kabeln und die passende Software. Das Interface wird zunächst mit dem speziell dafür mitgelieferten Schnittstellenkabel an einer freien RS-232-Schnittstelle am Computer angeschlossen. Danach erfolgt die Verbindung zum Adapterverteiler. Die dafür vorgesehenen LGB-Bus-Kabel mit den prägnanten Westernsteckern sind uns ja mittlerweile hinlänglich bekannt. Nach dem Einlegen der mitgelieferten CD-ROM können Sie über das Setup-Programm die MZS-Software installieren. Windows 95 oder 98 sind dabei erforderlich, denn MZS-PC ist ein 32-Bit-Programm. Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Arbeitsschritte finden Sie in der beigelegten Bedienungsanleitung. Übrigens können Sie sowohl das komplette Programm als auch das neueste Update aus dem Internet ohne zusätzliche Kosten von der LGB-Homepage downloaden. Es handelt sich dabei immer um die Vollversion ohne jegliche Beschränkung. So können Sie am PC Ihre Traumanlage verwirklichen. Und nun viel Spaß in der MZS-PC-Welt von LGB. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.